weg gestrikt wird schon pokémon den entwicklern davon wahrscheinlich und damit herzlich willkommen ihr befreundet von weiteren part von per world ich habe euch jetzt gut und janik und tommy sind auch dabei hallo hallo da ist wieder ein pokémon drinnen gefangen das holt sich ryder kann er weiter holen oder ist es eins was ich noch nicht hab und haben will also das sieht schon geil aus ja also wenn du weiter wenn du aufmacht dann ist es direkt deins der position ich auch minderwertige munition aber munition also wir können jetzt hier weiter laufen wollen wir hier die andere seite lang da habe ich trotzdem nichts davor ich habe ich noch nichts erforscht jetzt habe ich verstanden was denn das spiel nee ja das sind schon einer ist dauernd hast du das jetzt wirklich geheißpfeil ja mann ich ja das ist einfach geist pfeilt weil hier unten ist nämlich nur eine kirche zu der wir hinkommen und hier hinten wollen wir auch nicht hin wir wollen hier runter weil auf der anderen seite ist das ich gerne haben möchte brauche ich werde auch zu prüfen aber noch ein paar Pilze verblühten als soer kriegst das richtig ihr Models ich will auch wo man sagen schrecklich die Kumpel dann wird auch die wilde rupee lewitz sehen wenn ich mal nicht hin max in unsere richtung kommen ich bin unterwegs tatsächlich bin ich unterwegs hier unten ist noch ein gefangenen dorf wo wir uns noch ein pokémon snacken können da drüben ist aber eine chest auf der insel aber die insel könnten wir auch noch abchecken das gefällt der mensch das gefällt der mensch wo wir sind nach hinten zu dem dorf ja da gehen wir gleich auch hin aber bei dem dorf ist dann wieder ein fliegel pokémon leider in sich und gleiten ich habe es auch mal verstanden was der freundschaftsflammenwerfer was der freundschaftsflammenwerfer bedeutet ich habe das ist ein make-up maker mit parker über 13 leider wenn euch allen einem wunderschönen guten morgen ich bin auch da und du gehst mir jetzt ich habe gesagt mehr muskeln als der hersteller stand das war ungesteckt der schreit doch irgendwas ach das ist tommy ja wie machen wir das jetzt am besten perfekt ne 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 wir können hier über gleiten mit kassel aufzauber führen dann können wir hier die ganze zeit so ein gleich stückchen hoch klettern ich weiß nicht wie die ausdauer von rider ist ob er das hier packt ja doch ja ich wollte ja auch nicht hoch ich wollte hier unten hin weil man es nach oben nicht schafft ich habe meine schuld däger worüber ja tot ich bin davon ausgegangen dass du es schaust ich muss sowieso gleich zur basis ich habe ein befruchtet sei ich glaube jeder von uns hat hier ein mit ich hab's gefunden ach okay dass das geht nicht kaputt nach einer gewissen zeit also das verdirbt nicht holen genau hol den mal ich könnte unten auch schon mal stehen wo ich bin wild hauchstelskirche ach ja ich würde mich nicht hätte selbst jemand anderen ich sage dir ich habe meine freundlich aber ich glaube ich dir mal ich habe hier muss irgendwo stehen ja hier kann ich mal den ausdauer ich konnte ich habe keine ausdauer gehabt das war nein nein das ist ja hier 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 ich habe geil ja klar wenn ich schiff drücke ist auch auf oder was auch hier in der Tasche drückt auch Schiff und ich hab Schiff und Schiff mit der Karte wie sagt er ein Prost schneller klettern mit dem aber hier ist der ähnlichen Porta zu uns und wenn es nach oben schafft wenn er sich in das Ding einsammeln um erlacht hier oder schnell reisen die sich hatten das für die Mauerin nicht direkt mit so schaue ich will Oh, guck mal, was ist denn hier? Alter, wie schön ist dieses Spielmann? Der Spielmann, man kennt ihn. Okay, die Fersentexte darüber lässt sich jetzt streiten, die Übergänge, aber hey. Bin da. Wo will das Vieh auf einmal hin? Easy snack. So viel gönne ich dir nur wieder nicht viel. Ah, fleißig. Frohe Natur ist mal das Vieh, was ich gerade sammle. Obere Lichter, Statuette. Oh, ich bin voll. Wie kann das denn passieren? Aha, selber schon bei der Truhe loutet. Ja. Stimmt. Ja, gut, ne? Das brauch ich nicht. Weg damit. Und weiter geht's. Mein einziges Ziel ist sowieso nur zu erkunden gerade. Das ist richtig. Jo. Ah, da hinten ist Tommy. Du bist hier jetzt gerade am Felsen. Läuft jetzt hinter den Bäumen jetzt sicher nicht mehr. Schnellreise. Ein Technologiepunkt erhalten. Ach, hier unten ist ein Dungeon. Da die Schleierung. Ein Boss ist hier auch Level 41. Aber wir haben jetzt hier eine Insel umlaufen. Vielleicht kommen wir doch da dran. Halt nur als diesen Umweg. Mal gucken, mal gucken. Ah! Feuerpferdchen! Wuhu! Level 4. Du bleibst. Du bist meins. Ich gebe keine Hoffnung für dich. Werden. Ruby. Ich habe nicht mehr mehr akkrediert. Ich habe nicht mehr akkrediert. Ich habe nicht mehr akkrediert. Ich habe nicht mehr akkrediert. Jetzt habe ich noch ein Grund aggressiv zu sein. Ich steche hier nur ab. Mein hier ist ein Menschlein. Ein Menschlein. Hallo. Also, eine sogar eine Frau. Alter, leiden ist ein Donner-Cybrise-Walben. Ja, das ist der Boss-Level 31. Du bist tot, mein Freund. Ich weiß. Nee, nicht du. Ich weiß. Du gleich hast dich wiedergefunden. Oh, ich bin nicht. Wie los. Also, zu der Insel, zu der Zombie will, weiß ich nicht, ob wir da drankommen. Oh, der ist 32. Natürlich, das Ding ist der ist 32. Ich habe doch gesagt, dass das wie 32 ist. Nee, der braucht das Level 31. Ja, dass wir da schmeißen. Ja, ich glaube... Soll ich mich auch mal drübenplePH anwischen. Ja, das hab ich die kanssa schon gemacht. Ja, der braucht das. Ja. Wenn ich mir das. Aber das macht miruming, weil ich mir das. Ich könnte feststellen. cái poder entstehen devant die Besenschaft, ja. eine Megasphäre ist nur eine Kiste ist nichts besonderes nicht mehr da muss noch eine die wir nicht haben die Ohl-Nur-Freunde muss auf jeden Fall noch auf Ausdauerspielen mit meinem Daumen oh, oh, ich hab' wo verstanden ja, ich hab' mir schon einmal aggressiv kann ich auch so rutschlagen ja, vergiftet ihr steuern noch eine Kiste ich bin echt gespannt wie das laufen wird mit einem MeToo oh, ja, du das ist meins, was sag ich das sag ich mir kurz ein, das fiel so, du Penner ich hab' ich feilen, du kannst nix, du Nudel die Stadte aber wir finden diesen Riesenbaum-Dings, ne? ich mache das, ja, in Namut jetzt vergiftet man versucht zu vergiften und dann hat P-Saw eins gefangen blablabla blablabla ich hab's verwacht blablabla äh easy easy oh Gott Luch mal nur 6, was hink ich mir schauke. Egal. Ah, oh, oh. Au. Entschuldigung, ich bin jetzt auch... Meine Maul schmilzt. Ah, dann machen wir das. So, wobei, nee. Machen wir das. Das ist auch gut. Dann mal das Wallwerk hier hoch. Oh, das Wollwerk. Ne, das Wollwerk. Ach so. Oh, ah hirsch alleine? Warum? Ah hirsch alleine? Ah hirsch? Doch Gott, ja, das dieser Box. Äh, ne. Schon, äh... viel solcher, consideration, das Vier heißt. Das hat schon auch gar gefangen. Aber bei mir, da find ich gerade so um... ist so gut ich schuld auch mein leben die jungen der rektorin der boss oder der hat schon den laufweg in europa bis ich auf jeden fall bis hinter mir damit läuft in die richtung kam es auch anscheinend Katzen geworden und freut sich grad zu nennen schon wieder ein Telefant ich könnte mal was essen das heilt ja alles noch ne Statue das ist auch nice nehm ich gerne mit das so du bist auf dieser Insel dahinter ja die Chess hole ich mir und dann guck ich mir auch den anderen Scheiß hier an was das ist machen sie das wir haben hier auch eigentlich ne Wettbanken bauen wahrscheinlich nicht oder doch da nur dass ich jetzt klonen ja gut dann guck ich mir den Scheiß gleich erst an dann fliegen wir erstmal nach da drüben und holen uns den Portpunkt ist sich mal wichtiger wie der andere Scheiß das ist das ist egal da ist er wieder hat auf der Karte markiert da ist er mit schlechtem Knie an der stelle an der Brie das der immer mal was passiert und wer hat sich dieses Vieh einfach glaubt nur Narys 32 Alter du können wir Freunde was wir uns auch können werden ist die nächste Folge von Pile Worlds wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen Daumen da oben da abonniere diesen Kanal aktiviert die Glocke um keine Videos zu verpassen und bis zum nächsten mal haute rein euer Ryder Pus